Mittag wieder, wie hoffentlich öfters jetzt, zu Freikraft. Mal schauen, ob der TJ und der Evo schon im TS sind und was die wieder für einen Blödsinn machen. Man kann die beiden nicht ohne Aufsicht lassen, das funktioniert nicht. Mach ich, mach ich. Kuckuck! Hallo, Izzy. Hallo! Izzy? Ja. Der TJ mobbt mich. Gar nicht. Böster TJ. Aus. Pui. Sitz. Ja. Explodieren. Sitzplatz. Bitter explodieren. Ja, aber das gibt doch eine Sauerei. Ach, wer wird die schon wegmachen? Bist du dir das sicher? Nee. Bist du sicher? Nein. So. Ja. Ja. Hallo, Susi. Hallo, Susi. Alles klar? Ja. Schon wieder Freikraft und wir sind alle wieder da. Ach, warum muss ich mich jetzt schon wieder einlocken? Was soll ein Däsche ist? Nein. Wegen Baum. Weißt du? Ja. Ich glaube so. Ich habe auch das Problem, der Technik Launcher löscht andauend dieses Profil, das er anlegt. Äh, bei mir nicht? Ja. Ich sollte vielleicht auch diesen Account speichern anklicken. Ah, und da gibt es einen Warten für? Ja. Cool. Wäre mal eine Idee, ne? Jahrelang Minecraft-Experte Evo. Aber das war ja schon beim Lock-In. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, bei Locken. Ein Locken. Kennst du ein Locken, Susi? Nee, ich kenne nur zwei Locken. Ja, DJ. Löckchen. Ja, Löckchen. Ja, Löckchen ist okay, aber alles Weitere rumgemobbelt fällt unter Belästigung. Nein. Was? Wir belästigen dich doch nicht. Niemals. Warum nicht? Weil wir uns was noch wert sind, also, ne? Wir haben auch noch ein klein wenig Niveau. Okay, jetzt ein kleines bisschen. Ja, ich habe nur eine halbe Tube im Bad. Oh. Nee, ich wollte gerade fragen, wer ist das? Aber ist okay. Nee. Ja. Ja. Herzlich willkommen zu Freikriff. Ja. Genau. Genau. Habt ihr denn schon getwittert und gefacebookt und schon über all euren Freunden auch Bescheid gesagt? Nein. Habe ich nicht, habe ich nicht und habe ich nicht. Nein, nein, nein. War mir heute so viel Arbeit. Ich habe mich schon mit dem Bot auseinandergesetzt, das reicht für heute. Mein Hirn ist tot. Wieso? Was war mit deinem Bot? Die hat mir in den Rücken geschossen. Habe ich nicht. Wir haben uns gegenseitig angeschossen und du bist halt zuerst umgefallen. Ja, oder so. Ja. Das war sehr viel Text. Ich lese doch nicht. Ich kann doch nicht lesen. Oh nein, du kannst nicht lesen. Nee. Oh nein. Wir müssen unbedingt das Lesen beibringen. Oh mein Gott. Ja, auslesen. Ja. So, ich habe jetzt ein Räumchen für meine Reaktoren ausgegeben. Einfach mal so. Ja, ich habe doch mir einen neuen Bot. Also, neu ist er nicht. Ich habe den schon länger, aber ich habe mal angefangen, den so ein bisschen einzustellen nach und nach. Mhm. Okay. Und da mal schauen, ob das jetzt alles funktioniert. Also, die Spiele funktionieren schon mal. Die Schleifchen habt ihr ja auch schon die ganze Zeit immer wieder mal welche gesammelt. Bisher, ich habe es nur nicht verraten, dass es schon läuft. Wie kriege ich denn das raus? Ausrufezeichen Schleifchen. Hat der Bot auch gerade verraten? Ja, habe ich gerade jetzt gehört. Weißt du so. Ah ja. Danke für die Info. Ja, du kannst ja nicht lesen. Nee. Ist so. Ah. Okay. Und was kann man denn mit dem Schleifchen machen? Momentan noch Spiele spielen und es sollen dann eventuell auch bald mal Verlosungen und sowas dazukommen. Aber jetzt bin ich, wie gesagt, noch an den Grundeinstellungen und alles dabei. Das kommt dann nach und nach. Okay. Übrigens, auf meinem Channel, ab 500 Follower, gibt es ein Getaway, ne? Ich habe ein Problem. Warum? Ich habe die Größe nicht eingerechnet. Welche Größe? Musst du dir halt eine neue Hose kaufen? Ach, ja. Mensch. Mann, ey. Unmöglich, das Mädel, ey. Ein Schleifchen höher expandiert hier was. Ja, ja, aber ganz gewaltig. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, vor allen Dingen expandiert, ne? Ja. 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 Bist du expandiert, was? Ja. Ach, guck mal. Äh, ach, guck, hier, die Susi, die ist gerade dazu gekommen. Ja. Ja, mal gucken, ob... Hallo, Bild. Hallo, Bild. Bild. Servus. Ähm. Guck, hier, die Schaffer, aber was ich hier nicht nur alles drin habe, ey, ist ja irre. Jetzt hat das gefunden. Alles klar. Er hat gefunden. Yay. Also wenn ich es viel tief macht, dann brauche ich, warte mal, ich habe hier eins mit... Oh? Oh? Oh, ich muss jetzt mal wieder mit der Steuerung klarkommen. Ja, 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 das kenne ich auch. Vor allem, wenn du dann irgendwie ganz andere Games gezockt hast. Ja. Ja, du stehst vor der Tür und willst aufmachen und drückst halt E und wundest dich, dass das Inventar aufgeht, so, hm. Genau. Und dann wirst du das Inventar öffnen und drückst auf E und denkst so, hm. Oder C zum Crouchen geht auch das Inventar auf, so, hm. Was? Achso. Shit. Da war ja was. Schnell laufen, wirst du langsam. Mein Gott. Ja, das ist total, ne? Das ist irgendwie, ist das, ja, ne? Wir lieben zwei. Wir haben ja was vorbereitet. Wir wussten was nur noch nicht, glaube ich. Wir haben was vor? Ja. Sag bloß, du hast da mal was vorbereitet. Äh, quasi. Ich habe heute Morgen, bevor ich los bin zu Maloche, habe ich nochmal ein bisschen, ähm, so ein Wither geklopft und, ähm, ja, ich dachte mir, wir schwingen jetzt hier die Schmiede-Hämmer und knöppeln euch mal noch so ein bisschen Rüstung für das, was wir heute vorhaben. Für Rüstung bin ich immer zu haben. Ja, für Rüstung bin ich auch immer zu haben. Ach ja, auf einmal. Jetzt, wo du's sagst. Upsi, nun pass mal auf, ne? Ja, na, wie immer. Das hatten wir ja auch. Wir haben ja noch der Susi noch gar nicht irgendwie. Hallo, DJ. Ne? Was? Kannst du nicht klingeln? Was ist, wenn ich hier nackt stehe? Ja, und er guckt dir schon nix weg? Äh, stimmt. Wo ist er jetzt? Ähm, 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 dann benutzt den Kopf. Ha, doch. Aua. Ja, bin da. Ne, ähm, also da Susi den Wither ja noch nicht gesehen hat, dachte ich hier, Bro-Ti-Five. Alter, jetzt klopft. Ja, was ist der in Bro-Ti-Five? Aue! Oh, ich bin drin. Advent, Advent, der TJ-Five. Hinten ist der Angler, da ist Wasser. Hinten ist der Angler, da ist Wasser. Dieser Typ, ey. Hä? Ja, ich hab gesagt, dieser Typ. Ja. So, also, warte mal. Wir brauchen dazu Soulcent. Und dann brauchen wir... Drei Bilderköpfe. Ja, ich kenne den ja schon. Der ist, der ist böse, ist der. Genau. Ja, komm, ey. Also, acht habe ich jetzt schon mal. Ich glaube, neun brauchen wir. Lass du sie das mal machen, weil sie... Hast du den schon beschworen? Nö. Ich hab' einen Dings an. Warte, warte, warte. Ich hab' einen, äh, warte, ich muss den Dings aushalten. Wow! Wow! Ja, und dann brauchst du noch... Hallo, Metapher, schön, dich zu sehen. Hi. Äh, und du brauchst den Sand, ne? Genau, rück den Sand wieder raus. Warte, warte, wo bist du nicht hinter dir? Susi, du bleibst noch stehen, bitte. Ich steh' doch schon. Nein, ey, hallo? Was sind die? Du scheiße, du? Ja, kenn' wir ja. Ja, das kenn' wir ja. Äh. Ja, bitte. Also, dann können wir hier rum. Ach, hast du schon direkt was gebaut, wo wir den einsperren können? Ja, wo man den, genau. Ähm, hier so mittig rein. Also, genau, und da drüber, so ein T. Ja, ich kenn' das ja schon. Ich muss nur... Kennst du? Okay. Kennst du, kennst du? Von der anderen Seite aus kommst du hier und machst du die drei Köpfe drauf. Und dann geht das. Äh, juhu. Jawusch. Der macht jetzt gleich rum, gell? Achso, ja. Da war was. Multifass, Multifass. Bam. Multifass? Ja, ne, ich mach mal ne Multifass. Ja, dann guck mal hier her, Susi. Dann hauen wir den jetzt mal. Ich muss erstmal was essen. Ich fall schon wieder vom Fleisch. Ich hätt' Pfeil und Bogen mitnehmen sollen. Okay, dann war das Ausrufezeichen Wollzüge. So. Ähm, du hast jetzt nen Siegel gekriegt. Ach, guck, ich hab den, ne, das war... Der kriegst'n Herz. Bitte schön. Für das Herz... Davon hab ich noch roter und gelbe und da wollt' ich mir irgendwelche so Amulette mal craften, aber... ...ich hab die Wither nicht gefunden. Genau. Aber da brauchst du dann, glaub' ich, auch, ähm, das Erwerken-Trotonium, oder? Kann man das sagen? Irgendwas... Äh, die ersten zwei kann ich machen. Da fehlen mir nur, glaub' ich, äh, Witherknochen oder irgendwas. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ja, Necrotic Bone, hab' ich Ihnen beschrieben. Das, genau, Heartcontainer Necrotic Bone. Ja, da musst du halt nur von diesen, ähm, ne, SM-Nether drin die Dinger klatschen, aber ich hab' da keine gefunden. Was muss man da klären? Den Netherskelette? Ja! Den Netherskelette kann ich unten spawnen. Okay, sorry. Aber die droppen den nicht, weil ich hab' die werden ja... Also, ich hab' keine rausgekriegt. Okay. Ne, ich hab' keine nicht fertig im... Müssen wir mal gucken. Ähm, so, Susi. Du kriegst jetzt neue Klamotten und sowas. Yay! Kleide mich neu ein. Ja, geil. So. Uh, 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 uh. Willst du selber in der Netherskelette craften? Nein, ich hab' keine Ahnung. Okay, dann mach' ich nicht mehr. Äh, nein, nicht verstell't hast du. Oh, oh, uh, 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 uh. Ja, das ist richtig. Ja, absolut. Uh, 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 uh. Wackel mit die Hufte! Uh, 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 uh. Alles klar, mach' das mit Tapper. Viel Spaß beim Küche aufräumen. Die Hundis sind noch hier, Küche ist sicher. Ich packe dir mal das Zeug hier in die Kiste, so. So, TJ, du hast ja die Rüsten, die ich anhabe, auch noch nicht mehr. Nein. Okay. Dann nochmal WLAN. So, next. Was? Ah, da, das füllt sie schon mal. Ja, hier ist WLAN für sowas. Hier ist WLAN für sowas, okay. Ja, ja, das ist mein Charter. So, 1, 2, 3, 4. Das Schwert hattest du, ne, TJ? Das Schwert hatte ich, ja. Alles klar. Ja, jetzt habe ich auch Hörnchen. So, deine Rüsten liegt dir in der Kiste. Du bist ja voll das Hörnchen, na? Ja. Ja. Vor allem, wo es halt Sinn ging, ist da oben großartig. Warte mal. Ja, ne? Warte mal, ne? Warte mal, ne? Ich hab ja so viele mittlerweile. Ich finde es schein, dass man die nicht teilen kann. Dass ich nicht sagen kann, hier, ich möchte, dass ihr den Hut auch nutzen könnt. Das stimmt. Das stimmt. Ich hab den bis jetzt nur einmal gesehen und hab mir natürlich direkt geholt. Ja. 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 Ist klar. Das nimmt dir niemand ab. Ahäääääää. Ne, ist nicht. Ne, ist so. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh, uh. Dann so? Und so? Ja, das, das, das macht schon besser, ja. Ok. Ne, Susi? ja bitte ich glaube du hast ja ein wasser kopf ich würde mal zum arzt gehen ich habe mich selber mit mir auf den geeignet ja ich war schon am überlegen jetzt da mein hase nicht mehr ist dass ich mir vielleicht zwei ratten holen und ich nenne die dann pinkie und brain ja ich bin voll gewählert das wird mit glaube ich elf punkten etwas schwierig ich folge dich hast ein paar berries ich hab nicht nur berries meine liebe das ist ein paar glibber berries die nach creeper schmecken und dann kriegst du so eine kleine und unten in der mitte steht und das machst du jetzt mal bis zu 100 hast und so kannst du dann deine level zusammen und knogeln nice ja ich weiß so was hab ich denn auf der Rüstung auf der Rüstung hab ich Blast Protection, Unstall, Belastung, Rescue Rotation und so äh was soll ich jetzt alles drauf schmeißen alles außer flimflam 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 du und ich ach ne das war klingflam was so teacher du machst das selbe dann ne ja ja mach ich mach ich äh smite und bane geht nicht was dann ist das bei mir grün ich geh mal kurz zu mir warte ach stimmt das sind ja Sachen die sich ausschließen also ich hab drauf sharpness knockback repurn fire aspect melting soulbound jo die hab ich dann auch drauf weil das äh sharpness glaub ich war das was ich grad hochgemacht hab wo dann smite und bane rausgenommen hat genau das geht auch smite brauchst du nicht und bane brauchst du auch nicht weil spinnen ist ja bloß ich glaub ich spinne jo wie siehts aus mit der Rüstung soll ich da auch was drauf schmeißen in der Rüstung pass auf was hab ich nicht drauf ähm also Dornen auf keinen Fall also Thorns das auf keinen Fall ähm ich hab drauf Blast Protection Unstable Blast Stand ist ganz einfach warte warte Blast Stand Unstable ja genau dann ähm Blast Protection ja gut ähm dann auf dem Helm hab ich Restoration noch drauf ja und soulbound und soulbound und soulbound also ich hab jetzt auf dem Helm Blast Protection respiration soulbound unstable und unstable last stand genau so Brust hab ich im Prinzip Dornen nicht unstable hab ich da auch nicht drauf gemacht und flimflamm hab ich da auch nicht drauf gemacht und flimflamm hab ich da auch nicht drauf gemacht sonst also ja gut die anderen äh last stand soulbound und blast protection ja genauso auf der Hose ach halt ich sollte vielleicht auch hehehehe das auch verzaubern bevor ich es wieder rausnehme hehehehe last stand äh ne soulbound hat es äh ansteben hat es nicht drauf last stand soulbound und blast protection genau soulbound ist halt extrem wichtig auf der Hose das gleiche nochmal genau und die Schuhe sind dann nochmal zwei Sachen natürlich ja so die Schuhe sind dann auch blast protection, last stand und soulbound was ist hart bei den Schuhen bei äh hast ist schneller laufen ok hast dann drauf und featherpawling ok bevor ich das jetzt aber mach muss ich nochmal ein paar Level holen ja das ist ja schon glücklich aus ne die 3 von der Tankstelle nachher äh ehrlich ja ja aber wirklich äh so ich mach mir mal noch nicht mehr so aus das hat was das das was ich mir gefallen das ist voll cool äh halt äh das ist voll cool äh äh hallo das ist voll cool hallo äh Schuhe so Schuhe nochmal wo Prozent Prozent Fernsehen vor Blast Protection so so und ist last stand hallo jungen oh ich habe ja wer von euch möchte das Risiko eingehen nach 10 Sekunden zu explodieren keine what okay warum sollte ich explodieren wollen ich würde sagen die lustigen Moderatoren gehen voran ähm weil also wir wollen ja heute ins Deep Dark deswegen die Rüstung deswegen das gute Schwert deswegen ne okay mit allen Ecken und du willst da hin ich will mit euch da hin weil toll so ähm ich habe da hinten mal in die Kiste was für euch reingetan da nimmt sich jeder mal neun Stück raus ich habe da mal was vorbereitet zwei drei zwei fünf sechs fünf acht neun fertig jura ok dankeschön danke tön o 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 und ich möchte jetzt um die Nummer drei zehn neuen Baum könnt ihr ja mal gucken Prozent 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 Ich weiß, warum du gefragt hast, du exkludieren willst. Nein. Vergiss es, dafür bin ich nicht geschaffen. Echt? Nein, absolut nicht. Ich auch nicht. Ich mach die jetzt. Ich mach die jetzt. Ich hab's beim Kronk einmal gesehen, als er das versucht hat, das zu machen. Achso. Ich suche sie sich gleich in Sicherheit geguckt, aber das mach ich auch. Fertig. Fertig? Fertig? Fertig. 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 Hey, ich bin mal weg. Wenn ihr das irgendwann mal machen wollt, das Siebel hängt hier oben. Das sind immer da oben. Das ist geladen. Okay. Okay. So. Okay. Hier sind die Barren. Wollt ihr sie sehen? Da, 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 da. Ge weg. Bumm. So eine große Feuerball, Junge. Wer hat auf dem Bildschirm gespuckt? Ich war's nicht. So. Dann bauen wir uns mal das Portal. Das nennt sich der Spooky. Du hast bestimmt nen Lama im Haus. Gib's zu. Lamas mit Hüten. Ja. Oh. 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 Das wusste ich nicht. Oh. 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 Fertig. Da ist es. Watson. Oho. Oh. Oh. Party. Cortez. Naim. Gehen wir das hin? Da? Ne. Gehen wir das hin? Hier vielleicht bei den anderen Dingern irgendwo mit hin. du hast ja hier auf der anderen seite mit den büchern noch platz dass man da vielleicht hinten ein zweck nimmt und es dahin packt dann weil wegen baum was passiert wenn ich das hier deswegen er macht kaputt und dann machen wir das hier dabei hier geht ins die dark ist böse weil dunkelheit macht schaden wir brauchen fackeln ich habe da was vorbereitet einmal fackeln für den der stimmte idee erst mal die schäder ausmachen das problem ist zum beispiel im nether wenn du mit den schädern reingehst du siehst nichts mehr das ist gar nicht das sieht alles so komisch aus auf einmal ich habe drei rucksäcke dabei ja aber ich habe die rucksäcke nicht leer gemacht da ist noch jede menge scheiße die rucksäcke kann ich das bei dir irgendwo reinschmeißen und dann muss man gucken in den system habe ich hier vielleicht sogar ein rucksack so ich habe ja mal drei stücke brauche ich irgendwie meine pickaxe oder irgendetwas ich habe die großen gemacht da geht doppelt so viel rein ja das leder einmal backen mit strings erst zusammen knüpfen und dann backen und dann kannst du sogar noch farbe nehmen und die bunt anmalen so mir geht jetzt aber gleich das trinken aus ich bin gleich wieder da die frage ist nur was trink ich weil wie geht das trinken aus es ist nicht einfach nur leer es geht mir aus ja kollegin kommt heute abend vorbei wenn sie ihre hundis abholt und ein bisschen was dafür dass ich mir erst mal was essen und zu trinken kaufen kann und die letzte woche noch voll zur arbeit kommen das hat im knie geknackt das ist und ich habe ich eine feine gucki die m ja Ja. Was hat er geportet? Okay. Ja, mach das. Ich bin in der Küche am Werk drin. Wir craften uns jetzt einen Tee. Ja, das hätt ich noch genug da, aber ich lass mich jetzt nicht volllaufen. Ich muss nachher noch einkaufen. Das heißt, ich muss noch Auto fahren, also trinke ich gar nichts. Nicht einen Tropfen Alkohol. Ja. So. Warte mal noch kurz auf süßes Rucksäckchen. Ne, ich warte auch nur auf meinen Tee. Ich hab auch schon eine Rucksäckchen. So. Jetzt wird gestartet grad, weißt du? Muss noch jemand auf Toilette, bevor wir losfahren. Nein, komm, ist der Motor an. Aber ich muss mal. Ja, richtig. Wie weit ist es noch? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ich bin schon da. Und da ist der Küche auch noch drei Rucksäcke. Damit dann nicht weinen muss. Ja! Jetzt kannst du mir alle drei Rucksäckchen anmalen, dann freut er sich. nicht er hat das einfärben musste vorher machen wenn du den mann kraften das es gibt jetzt ich wollte aber meinen Kamu haben er gibt es auch Okay, so. Eine Stunde und 15 Minuten bestand ich noch. So. Deine, deine, deine ganzen... Sitz? Ja, fein. Die hab ich alle ins M-E-System getan, weil ich nicht aufhören konnte, Ads zu bauen. Und da hab ich Platz gebraucht für... Okay. Ich hab ein sehr geiles Edge gefunden. Aber das sag ich nicht. Oh. Es sind Blöcke drin. Es sind Blöcke drin. Wow. Achtung, Karten-Avi ist es im Anflug. Bam. Was, Tj, bei dir läuft es schon wieder? Ja. Und Tj, hier unten. Und Tj, hier unten. Das bleiben wir nicht wieder. Tj, willst du vielleicht kleine Backpacks noch an? Äh, ne, weiß ich nicht. Ja, ne. Und Tj, willst du vielleicht kleine Backpacks noch an? Ja. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Hast du jetzt alle drei rausgenommen? Ja. Das waren aber so. Achso. Da klaut der mir einfach die Rucksäcke. Was ist denn bei dir los? Kameradenschwein. Das sind doch gar nicht deine Größe. Ja. Ja, da kommt alles rein. Ja, da kommt alles rein. Ja, da kommt alles rein. Joom. Hm. 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 Was, warum ist jetzt vier drin? Ja. Ja, weil ich so ein Stück gebaut hab. Mit Tj halt auch drei. Naja. Ich glaub's auch. Der sitzt im Keller und, und weint. So. So, okay. Ja, vielen Dank. Dann würd ich sagen, ähm, Susi. Ja. Hier oben ist so ein Schild. Ähm. Da steht drauf, wie man dein, äh, wie man das Inventar abspeichern kann. Das haben wir beim letzten Mal gemacht, wo wir ins Age gegangen sind. Ähm. Du kriegst dann, ähm, in deinem Chat fällst dann ne, ähm, ne Ausgabe. Da machst du ein Screenshot von dir einfach. Da kann man das zur Not dann wieder hersprennen über den Perfil. Falls was schief geht. Was? O.B.? Inventory? Genau. Und dann hinten halt dein Name steht. Ein Tj mit drei A, ne? Weißt du? Jajaja, ja. Das letzte Mal haben wir auch erst. Musste ich auch erst gucken. Ja. Saved Screenshot. Geil. Dann. Le Madame, Le Monsieur. Ich hab Angst. Ich klicke drauf. Downloading Tarant. Bei mir geht's irgendwie nicht. Wenn ich drin bin, ist wahrscheinlich... Ich bin so fett. Du steckst im Tor fest. Ah, okay. Ganz ruhig. Jetzt macht ihr euch alle mal einen Wegpunkt. Oh ja, das ist sehr gut. Wegpunkt. Punktweg. Äh, moin. Jetzt müssen wir nur überlegen. Wir sind ja im Deep Dark immer oben. Dann. Ja, ich wollt's Deep Home nennen und hab Dep Home geschrieben. Auf jeden Fall. Wie macht sie das? Ja. Wie macht sie das? Äh. Das war Ecke. Ich halte euch den Rücken frei. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Teamwork. Yay. Ich bin weg, ne? Toll, ein anderer macht's. Ja, genau. Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier kommt Cobblestone. Ist Cobblestone jetzt gut oder eher weniger? Ja. Oh. Oh. Oh, wir sind tatsächlich ganz oben. Äh. Äh. Du, 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 du. Äh. Es hat kurz geleckt. Will ich wirklich hinterher kommen? Irgendwer ist schon vorausgelaufen. Hilfe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Das ist nichts passiert. Oh, richtig. Okay, das sieht hier echt interessant aus, wenn man sich mal so umguckt. Naja, geht so, ne? Knauze. Knauze. Knauze, Angriff von hinten. Hast du nicht gesehen? Ist das nicht deine Spezialität? Für mich ist Ruhe. So. Moppen ist nicht, okay? Moppen? Ja, Moppen. Kennst du Moppen? Moppen, 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 Dick? Äh, 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 wer ist da exklusiviert? Ich war es nicht. Ich auch nicht. So. War, irgendwer war da gerade exklusivend. Schäbine. Schäbine? Schäbine. 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 Okay. Wir haben ja dahinter vielleicht einen Tempel. Habt ihr gesehen? Ja, ja. Ich hab schon gesehen. Ja, ja. Das sind mehrere. Ja, tatsächlich. Ach, wie geil. Was denn? Zwei Tempel, dann ist es auch einer. Äh, wo? Ja, der hier vorne ist ja näher. Würde ich sagen, erst dahin. Ja, genau da, dahin. Ja, das machen wir. Gehen wir zu denen da erst, ne? Der da ein bisschen näher ist, so. Okay. Wenn es so klingt, als wenn jemand Metall auf Dings hält, dann guckst du ja, schaden. Hier sind Löcher im Boden. Ja, auf Löcher müsst ihr aufpassen. Das wird sonst komisch. Hau ab. Wir können nämlich durch den Boden gehen. War es die Löcher? Ja. Oh, oh. Ja. Also, ich mein, durch den Betthof. Das, das wäre sehr ungesund. Ja. Ja. Erster. Yay. Macht nichts. Ganz beruhig. Ja, ich mach mal hier. Aber wir haben schon gleich den erstes Punkt, ne? Hab ich mal Angst? Ach, du bist schon drin, da. Ach so. Oh, Susi. Schallplatten und Herzen und Britannium hoch. Läuft schon. Ja, irre. Äh. 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 Was hab ich denn jetzt gemacht? Du hast es kaputt gemacht. Evo, was hast du gemacht? Äh. Äh. Spinne? Hi. 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 Also, manche, manche Türen sind aber auch echt verwirrend, ne? Ja. Da oben steht was und guckt mich an. Hallo, Spinni. Hahaha. Hi. Anmeldung, ich mach mal mal Tür zu, dass ich hier auch mal ingestellt... ...kann, ne? Ne, Kiste, unkann. Ja, immer wenn da es Knäte geht, machte die Tür zu. Ja, der lässt uns gar nicht zugucken. Gönn dir? Hallo. Ich bin mal mit Blumen, sehr gut. Das hört sich nicht wieder an. Warte mal. Hier noch mal ein bisschen futtern, wegen der ganzen Aufbildung, versteht sich. Natürlich. Hi. Hi. So, und wir gehen jetzt mal weiter hier hinten. Äh, uah, Spelde. Hallo Spelde. Spelde? Komm her, hier bin ich. Ich höre nur, Paton. Paton? Äh, gehst du wieder raus? Ach ja, gehst du wieder raus. Du, 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 du. Äh, hallo? Oh, ein Marshmallow. Oh, ein Marshmallow. Hast du ein Marshmallow gekriegt? Die sind ja so krass. Ja, ich habe ein Marshmallow bekommen. Warte. Äh. Jaja. Rainbow Curry. Jam, 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 jam. Auf jeden Fall. Oh, noch ein Spawner. Ich habe gerade einen Zombie-Spawner. Hallo. Hallo. Wissensfragment Goldbarrensattel. Äh. 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 Alter. Was ist denn hier kaputt, Leute? Was ist denn hier bei euch angesammelt? Was ist denn hier los? Was ist denn hier bei dir los? Nö, alles gut. Alles gut. Läuft. Nö, ich sehe es in deinem Stream, wie es läuft. Nö, läuft auch. Ist alles gut. Warte mal, wo komme ich denn jetzt her? Ja, ich will. Noch. Ich will noch. Warte schon, ne? Äh, vor allem noch. Okay. So, Kiste. Ähm. Oh, da. Yellow-Color-Pages. Tschüss. Delleriesam. Was ist denn da drin? Salatsam. Mega-Rubbersetting. Goldforst-Ager. Acht-Meter-Quarz. Ja, ne. Richtig. Ja, was euch denn müht? Weiß ich nicht. Hm, Salatsam. Hahaha. Grünzeug. Geil. Ich war gestern beim Frühstück. Hm. Hm. Geil. Geil. War ich wirklich. Oh, Skilette. Hallo. So. Äh. Hup. Hup. Oh, geil. Supreme Pizza. Yeah. Uh. Oh. Pick-ex. Tamien-Edit. Und Knowledge-Fragments. Gut, ne? Läuft auf jeden Fall. Wie weit bist du denn schon hoch? Ich hab's gemessen. Ich krieg gegeneinander für. Yeah. Und ich hab eins an den Runden gebracht. Hahaha. Die töten sich ja gegenseitig. Ja. Oh, geil. Boah, stark. Ihr Schweine. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich weiß. Ist mir bewusst. 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 Noch ne Spinne. Ja. Badaaa. Oh, Rainbow Curry. Noch mal ne Pizza. Sehr gut. Noch ne Business-Fragments. Mmm, Pizza. Oh. Ja, wie gesagt. Eine Stunde. Genauer gesagt noch neunundfünfe. 50 Minuten. Oh. Oh. Äh. Was war das? Da ist nur was explodiert. Oh. Hast du wieder die Hose aufgemacht? Psch. Nicht verraten. Du siehst. Kannst nicht machen. Kann nicht wohl. Kann ich wohl. Nein. Enderman. Bitch. Fährt. Enderman. Evo macht du heute die Ansagen? Ja. Du das kommt nicht gut, wenn du für den Evo antwortest und du die Fragen stellst. Okay. Ich mach jetzt mal das hier. Äh. War ich hier schon? Und dann pack ich mal. Irgendwie wird da gerade jemand bearbeitet. Ach. Was ist das? Ach. Ich lad mal kurz unsere Rüstung auf. Sekunde. Mach das. Ja. Ja. Oh. Oh. Da oben ist einer gerade gewesen. Achso. Doch. Ja. Hallo. Na Titschi hast du auch den Ausgang gefunden. Ja. Yay. Äh. Äh. Ivo? Was machst du hier? Ich braue kurz mal kurz den Scheiß nach Hause. Ja. So. Warte. Der läuft auch. Und du musst aufgeladen sein für euch alle. Ja. Ja. und das ja auch noch alles aufgeladen okay alles da abholen er sagt mal da hinten und sie noch wenn man aber und die auch wieder wie sie Eine Ratte! Hallo, Ratte! Ratte? Eine Ratte! Ratte! Ratte sie! Ratte sie! Ratte sie! Wie sie sich gegenseitig in die Luft jagen! Wie sie sich gegenseitig in die Luft jagen! Was denn? Ich hab ne Mopso von nem Schleim, die verpackt ist! Irrgeil! Ja, warte mal, sieht man das? Ja, guck mal meine... Guck mal meine Hand! Dass ich in der Hand hab! Zittert das bei dir auch? Ja! Special Effect! Juhu! Och, ja, du armer Werwolf! Komm her, ich hau sie! Ja, komm her! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm her! Komm her! Ja, komm her! Ja, komm her! Ja, komm her! Ja, ich bin am Wasserfall! Ah, okay! Ich bin auch da! Cool! Im Wasserfall! Weil zu schönes! Dann würdest du anbaue ich noch schnell eine Treppe! Ja! Der Evo, der, also, ne? Äh, man muss eigentlich mal, eigentlich müssten wir mal echt mal herstet, Evo wohnen, ne? Wieso? Ja, weil du das hier alles so richtig geil vorbereitet hast, ey! Hallo Enderman! Ich seh dich! Deswegen, das ist schon ganz schön toll! Das Video so macht! Naja, ich dachte, wenn wir, wenn wir zusammen spielen, dann müssen wir auch noch was machen! Ja, ja! Ne, aber trotzdem! Aber trotzdem, dass du das so, ne? Dass du das einfach weiter hast... Oh cool! Hier gibt's auch Notes! Ja! Also deswegen wirklich absolut Evo loben! Auf jeden Fall! Hashtag Evo loben! Jo! So! Das muss man jetzt ja auch mal, ne? Irgendwer hat da grad auf mich geschossen! Das ist ja auch nicht selbstverständlich alles! Dann machen wir das jetzt! Komm mal her, du blöder! Äh! 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 Säuberclosed? War ich wieder zu weit weg? Mh-mh-mh... Ne, eigentlich nicht! Säuberbezüglich, Säuber... Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö so ist das kann man doch nicht nicht mehr zu gehen so vor Ort das ist also auf der Konsole und dann geht es noch mal für den Torfüchern das ist eine Idee Jungs bis gleich ja 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 so mit dem Server und um der Neustat ja 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 da hat das kaputt gemacht der Ivo ja gerade noch gelobt Quatsch. Kann passieren. Alles gut. So, Aktualisierung. Das müsste ja jetzt... Eigentlich müsste es ja jetzt... Eigentlich. Nee, und eigentlich auch. Und eigentlich auch. Ja, 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 ja. Beide. Verstehst du? Nein. Ja. Server wird nun gestoppt. Dauert ein bisschen. Server wird nun gestoppt, okay. Server gestartet? Warte mal. Aktualisieren. Nee, noch ist er nicht erreichbar. Alles gut bei dir. Hi. Hi. So. Susi, kannst du mal ein Foto von dem Wuffi machen? Und das mal irgendwie auf Discord hochladen? Äh, es sind zwei Wuffis. Ja, oder von den zwei Wuffis dann halt. Ja, ne? Sekunde. Ja, nö. Ich hab ja schon genug Bilder auf dem Handy. Ist ja nicht so, dass sie das erste Mal hier sind, die zwei. Ja, ja. Ich müsste allerdings so circa eine Stunde mal mit denen raus. Ja, du, na, das tun wir hin. Das will ich immer schwer hoffen. Ja, ich komm mit. Das will ich sehen. Ja, ich auch. Ich glaub, so lang können die zwei nimmer warten. Nee. Nee, nicht wirklich. So, Server, was ist jetzt hier? Was ist denn mit der Possibility, mit der Phase? Server sagt nein. Ja, aber echt hell. Okay, Server gestaubt. Jetzt starte ich ihn nochmal neu, weil irgendwie... Ah, dieses Dashboard von die Trabe, ne? Boah. Ähm, achso. Ja, ja, ja. Ähm, also es geht gleich weiter mit atemberaubenden, äh, mit atemberaubenden Gen-State, ne? Wir bitten noch ganz kurz um Geduld. So. Bilder sehen auf Discord. Sehr cool. Ähm. Oh, ich hab meine Schleifenjagd diesmal gewonnen. Yay. Angeber. Kannst ja auch mitmachen. Du dürftest mehr als genug Schleifen dafür haben. Das sagst du nur so. Nein. Das sagst du nur so. Gib doch bei mir im Chat einfach mal Ausrufezeichen Schleifchen nennen. Das mach ich gleich, aber erstmal starte ich Discord. Äh, na gut, dann kann ich das jetzt machen. Die Discord habe ich gestimmt. Ähm. Juhambeko, äh, keine Ahnung, ob ich dich richtig ausgesprochen habe. Aber vielen Dank für den Follow. Vielen Dank, vielen Dank. Und herzlich willkommen. Äh, Ausrufezeichen Schleifchen hast du gesagt, ne? Schleifchen. Äh, was? Ohne weh. Ja, ne, ich hab mich, ich hab mich, ich hab mich verzickelt. Ach, ne, echt? Ja, ich hab mich, echt. Hui. 675? Joa, das ist ein bisschen was. Joa. Das ist ein bisschen was. Das läuft. Jo. Ja, das ist okay. Und dringend. Wippechen. Wippe, 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 Wippe. Oh, äh, gib mal das hier ein. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, ich muss erstmal hier Fotos gucken. Das ist erstmal wichtig. Ich will wissen, ob das funktioniert, aber ich brauch da mehrere Leute für. Dann den Boppi. Oh, wie süß. Schau, aber läuft wieder. Yay, sehr gut. Oh, wie süß. Ja, läuft. Schau, da ist wieder? Ja, ich bin drauf. Arena? Ah, okay. Ja, das mit den Spülschern, das müsste ich auch mal, äh, noch mal einfügen in meinem Chat. Ja, wie gesagt, ich kann es halt alleine nicht testen, weil ich dafür mehrere Leute braucht für dieses Spiel. Ja, ne, 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 soll man betreten tatsächlich? Los, los, wieder. Wir können wieder umschalten, Freunde. Aua, ey, nicht hauen, Mann, ich bin noch gar nicht so weit. Hau auf damit, auf damit. Wer schießt denn da? Achso, guck, hier. Ich bin's nicht. Nee, ach, hier, hier waren irgendwelche bösen Unholde unterwegs gerade. Ich habe gerade einen Plan. Du hast einen Plan? Mhm. Na, los ins Jerte. Genau. Machst du es jetzt einfacher, indem ich jetzt noch mal kurz zurückspring? Mach das. Hörst du auch auf den E-Mod zu schicken? Ich muss mal umschalten, Süß. Ja, ich weiß. Okay. Okay. Yay, jetzt habe ich noch einen coolen Hut. Ich habe ein Hirn im Glas. Als Hut. Geil. Yay. Ja, voll irrerisch. Voll der Burner. Ich brauche hier einmal etwas zu haben. Ah, herzlichen. Oh, hier hüpft ein Hasi. Ich bin's. Havi? Ja, die gibt's. Fassig. Und dann mach mal was so. Und dann geht es mal wie du da bist. Da, komm nicht wieder ins Dick. Dann komm nicht wieder ins Dick. Da, ne? Und dann haben wir nämlich die Möglichkeit, direkt die das Ding zurückzunehmen. Dann muss man nämlich nicht immer noch was dazu bringen. Ah, das ist geil, ja. ich bin jetzt hat man nur Momente das ist aber schade im in der in 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 so, hier haben wir ein Buch Juhu Aua, Aua nicht mehr Aua Aua ist weg DJ, du hast Freunde gefunden Jaja, ich weiß Das sind meine Fans, weißt? Ja, warte mal, ich mach mir hier nochmal eine Koordinate hin Ja, ich hatte meinen Schwerz hatte ich gerade abgeworfen aber ich hab's mir ja auch gesagt Schmeiß weg Der wirft das Schwert nach den Leuten, anstatt damit drauf zu hauen Ja, ja Wo steht Nächster Tempel Hier, hier Welcher? Der da oder? Der hier Jaja Mit Schütze ist er wirklich wieder ab? Bam, bam, bam Kaput Noch nicht Ähm, das ist meine Fans Achso Äh, ja Packeln ist gut, ja Packeln im Sturm Nicht lang packeln Oh, hallo Skelett Guten Tag Schönen guten Tag Ich bin so neu Ich schaue nochmal kurz in den Spotlight Och toll Ein Lied da, ne wegen Ähm Ja, damit kann man ja richtig was anfangen Nicht Ein bisschen Ein bisschen Ein bisschen Ja, wenn er gut aussieht Na, warum fällt der jetzt harte Kerkeling ein? Geil Ich sag immer, Victor mach halblang und dann sind's noch 20 Zentimeter Achso Ach shit Es ist harte Kerkeling Und guck mal hier Ist sogar der Konto das ist mal eine gute Kiste gewesen. Irre. Einer Quatsch leg ich mir da rein. Brauche ich alles nicht. Hä? Ähm... Oh! Also hier oben, die ganz, die ganz obere Etage, die ist ja mal völlig im Arsch, ey. Echt? Steht das drauf, oder? Ja, steht drauf, ja. Oh wow, ein Safari-Netz. Appearance Ring of Terra. Und in der Perl. Ich hab'n Ender gefunden. Ja, Mann. Und ein, äh... Taub... Taub... Ein Momonomikon, ja. Ein Momonomikon. Ein Momonomikon. Ich find' das immer voll süß wie süß, ja. Momomomikon. Nein, einfach nur Momonomikon. Ja, oder... Ich kann das, ich kann selbst das nicht mal aussprechen, ne? Also... Oh, Zombie! Oh, Mini-Zombies! Ja, klingel-Zombies! Dieә, zwei und drei? Die, P-und, vier Die, P-und, vier Die, P-und, vier D, vier Ech, P-und, vier D, vier D, vier D, vier Warum schleife ich so viele Köpfe mit mir rum? Ach, das hackt denen den Kopf ab. Okay. Nice. Ab mit ihrem Kopf! Ich liebe Alice in Wonderland. Auf jeden Fall Darksteel, okay. Ja, ich auto mich. Ich bin ein Alice in Wonderland. Nicht nur du, nicht nur du. Ja. Hallo? Okay, das Rainbow Curry ist ein wenig verbuggt. Ist es verschwunden? Ja. Ähm, das liegt an der, ähm, an der Vision von Minecraft. Ich hab doch Platz. Hab mich auch gewundert auf meinem Server, dass es als immer wieder nicht so... Du hast es zwar, aber du kannst es nicht in die Kiste tun. Du hast es und wenn du rechts klickst, ist es weg. Jungs, was ist hier los? Was ist hier für eine Panik? Was ist hier für eine Panik? Gangbang und du hast sie gestört. Wir machen heute Party, oh la la. Oh, Darks, äh Darks, Bierboots, Eisenhelm, no. Und ankommen, Tresher, oh Tresher. Mhm. Aha. Shit, shit, shit. Das ist der Shit. Ja? Ein Mann vom Welt trägt das heutzutage. Genau. Ein Mann vom Welt trägt das, okay. wie sie sehen sie sehen nichts okay warte dann schon überall ist es überall auch lämpchen ist jetzt unter die veganer gegangen er in ernst da schießt einer auf mich stirb wir hatten uns doch schon darauf geeinigt dass du nichts hat der creeper das ist der hat der mundfotze was bei dem los ist ein lappen im gesicht so ne mundfotze halt ich hab schon was gegessen goldmünzen du hast den falschen schlüssel die spät wieder mit den mobs und er spielt mit den märzern er hat den panikbutton gefunden wer ist der wolf dort hier ist sogar ein vögelchen brenn wolfie brennen ich glaube du hast gerade mein schwert aufgesammelt das hält aber nicht lange das schwert ja ich glaube das wäre ganz nice brenn 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 nirgern die ganz in sich brenn wo kann man sich und wird auch aufladen und dort also brenn die der Bautrad wichtig ich bin auch gleich wieder da wartet auf den Weg Ach, ich hab's schon wieder getan. Was denn? Auf I gedrückt, weil ich so ein Mentar öffnen wollte. Äh. Prost. Jo, Prost, aber ich muss erst mal abkühlen lassen, sonst verbrenne ich mir gleich die Gusche. Ja, ne, das wär scheiße. Ja, das ist nicht so angenehm. Ne, das glaub ich dir. Guck mal hier, Susi. Sekunde. Ja, ja. Guck mal hier, siehst du, ich hab jetzt so ein Ding in der Hand, so ein Marshmallow. Ja. Jetzt drück, mach ich rechtsblick zum Essen. Vergiss er. Äh, lol. Äh, sie ist dann. So, okay. Alles aufgeladen? Wie sieht's voll krass? Äh, das erkenne ich darin, dass kein Balken mehr da unten drin ist. Okay. Ja, dann ist alles aufgeladen. Dann lass mal, ich lass das mal so so aufgeladen. Jo. Das gehört ja für ihn. Genau. Hm? Äh. Genau. So. Dann weiter da hinten. Bobby! Bats! Bats! Der rumspinnt! Äh, aber voll sind. Echt da? Ja. Der war grad mit Unheimen bei mir. Ja. Den hab ich gehauen und dann ist er so, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Okay. Ja, das tut uns ja nie leid. Nö, tut sonst nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich hab meinen Kopf. Ich hab meinen Kopf. Der da rumspinnt. Ich hab Brain in the Jar, das ist viel cooler. Und Sain in the Brain. Äh, der hier. Guck mal. Yeah! Ja, 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 ja. Angelfisch. Die, die amanten. Das, äh, Ivo, du hast an den Mund schon ausgesehen. Also jetzt, er, die amanten. Ja, die amanten. Folgt mir, ich weiß auch nicht, wo's lang geht. Da, du bist also, Ivo's, uh, ne, Ivo's Best Band oder so. So, äh, ich hab mir ja schon alles abgedraht, oder? Och, den Mut hatte ich schon. Ja, das war mal grad, ne? Genau, an dem waren wir gerade. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich geh einfach mal grade aus in die Richtung. Also es geht irgendwo so weiter im Prinzip. Und das, äh... Dong! Vorsicht, mach! Und das Periose an die Dark, die Dark, ey? Ja, ähm, du hast hier extrem viele Ressourcen im Boden. Das ist geil. Also du kannst, wenn du die Dark, äh, TIP-TOP. TIP-TOP! 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 Dann, äh, doch! Ja, alles in die ins Wort. Okay. Ja. Öre. Binigohlem. Äh, Loch. Loch? Loch? Äh, ne? Großes Loch. Ganz großes Loch? Ja. Ach so, ah! Okay. Oh Gott, ich hab mich jetzt grad verwirrt. Äh, du? Ja. Uh, ah, oh, ah! Oh, oh, oh! Oh, oh! Ähm. Pff. Ähm. Ähm, ja. Äh, am besten nicht ganz runter, oder? Äh, das ist schon mal so. Weiß man ja nicht. Ach ja, mach das jetzt. Oh. Äh. Ja, deswegen leuchte ich das ja auch aus. So alle paar Stufen mal. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Und Loch, DJ. Das nennt man Loch. Aber man sollte nicht, äh, Susi, Vorsicht, ne? Ja, ja, also noch weiter runter werde ich nicht gehen. Hier wird's dunkel. Äh, nee, nee, da ist, äh, nicht. Ja, ja, schwarzes Loch und so, ich weiß schon. Ja. Aber wie ihr seht, hier durch den, da kann man schon sehen, hier ist echt, hier ist Diamanten-Erz. Ja, so. Hm, so. Ja, hier geht einiges. Ja, ja. Hallo, Horst. Ich hoffe, er braucht, geht ins Fieber. Huch. Äh, ich hab'n Fieber angezündet. Hahaha. Ähm, it's gone. Okay. Äh, ich weiß überhaupt nicht, wo ich mich jetzt, äh, hinbewegen kann. Ich ohne Wissen. Hm? Hm? Versuch's mal mit Fliegen. Ja, ja. Guter, doch. Hallo. Ja, ich bin da echt vorsichtig, weil ich kann nicht. Wir können hier irgendwo rein, so, hier, auch mal hier. So, ja, baust du dir ein bisschen rein, so, alles so. Ich sollte mir vielleicht auch mal noch so'n Hammer machen. Ja, der Hammer ist, äh, der, ganz schön hammer. alles ein wird danke tj das doch nicht ich hab ja auch mit dem Namen hab ich wohl hab ich wohl hast du nicht hab ich wohl hast vergessen hast vorhin ausgemacht nee ich hab ihn aber inzwischen Zeit nicht wieder angemacht hast du nicht hab ich wohl warum picken ihr der ganze Scheiß bei mir Weil du Drogen nimmst? Das ist gar nicht da. Du findest dich gerade im Kaninchenbau. Das ist der Weg nach unten. Okay, von da ist es immer gekommen. Da fliegen wir mal weiter. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, ich habe gerade einen Rucksack. Ah, nein, da ist er. Da hat man wieder einen Rucksack. Oh, wow. Ihr müsst auf. Und zwar der Drogen. Don, nächste Wand. Ja, echt. Hallo, Wölflein. Nein? Hast du ihn bei euch gekommen? Ja. Es knurrt mich an. Ein normales Wölflein, oder? Nein, nein, ein Werwolf-Wölflein. Ein Werwolf-Wölflein. Oh, jetzt sind mir die Fackeln ausgegangen. Bam, bam, bam. Ein Wehwolf. Ja, hallo. Hallo? Hallo? Nein, hast du sie mir hoch? Hast du sie mir hoch? Warte. Ähm. 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 Oh. Danke tun. Fliegen wir mal weiter in die Richtung. Hast du noch mal so ein Ding geöffnet mit Goldmünzen? Ähm. Ähm. Nö, Falsch, dass du... Oh, ich bin seit Geschenken. Ich bin seit für diesen Scheiß. Oh, ja. Wir machen jetzt alle eine Möörto-Liste. das ist ja ganz schön ja, war nicht mein Duster, aber ich dachte, ich bin mal wieder ein und war ein Emerald Halt, wo flieg ich denn hin? Ich bin ja völlig falsch Hat er und hat er viel zu lange für gebraucht Ich sehe hier aber auch nichts Ja, das geht ewig, geht das so weiter und da gibt es ja auch diese tolle Tempel 2 Und nächstes großes Loch das geht das geht das geht ich wollte das nicht erinnern, dass Daniel und das geht Kommentar für mich Äh, auf damit Halt auf 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 D adesso Was war das der Quipper? Der hat sich aber sehr erschrocken 왜 Bamm Oh Das war's schon wieder Jetzt flippt hier gleich wieder was durch die Gegend. Echt jetzt, stirb. Und die Mops haben hier drin auch ne HP. Die Mopeds. Die Mopeds. Ich seh im Bedrock, ähm, die Gebilde. Ich seh hier dahinten ist es. Wie war das denn schon meine Gebilde? Naja. Oh, ich seh sogar zwei Bedrockgebilde. Und ein Tempel. Ender, 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 ender. Oh, hier ist echt interessant. Wir sind getroffen? Ja, ich glaube schon getroffen. Äh, okay. Hier vier Diamanten, äh, Bolz, zwei, eins. Fackeln! Zusehen hier oben in der Trupp, zum Fackeln. Ja, hier in der Trupp, zum Fackeln. Hier was gut, zum Fackeln. Danke, und Storn. Was haben wir noch in der Trupp? Kammelstorn. Eisen und Steinchen. Ja. Nehmen wir mal das Hirn da aus dem Inventar. Ich auch, ich flieg mal rüber zum Tempel. Da ist Licht. Du hast einfach nur zu ne Fackeln. Du hast einfach nur ne Fackeln. Nein, doch. Nein, doch. Ich hab nicht hochgekriegt. Oh, das tut mir jetzt aber nicht leid. Das ist ja egal, nicht Ivo. Was zu trinken? Sexy Hut. Bisschen einfach zu weit auseinander. Oh, wurde von Motos geschlossen. Oh. Wie Motos ist das Server? Ja, ja. Ja, das passiert öfters, wenn ich auf Reisen gegangen bin. Mach's halt kaputt. Und dann noch so ne Stelle, wo's weh tut. Wie er da grad kommt. Was ist denn los bei dir? Ja, ja. Warte kurz. Das hat grad besonders gut, ne? Wenn der Schmerz nachlässt. Ja, ja, ja. So. Ja. Oh, stopp. Jo, ich hüpfe mal kurz vor die Tür. Ja. Mach das. Und in ner halben Stunde muss ich nochmal raus. Mit Le Hundis. Le Hundis. Le Hundis. Wollt ihr da liegen bleiben oder wollt ihr mit raus? Ja. Liegen bleiben. Alles klar. Ja. Oh, das sind ja smuggige. Oh, sind das smuggige? Ja, die Cookie und die Estrella. Oh. Genau mein Fall. Ja, die Helle heißt Cookie und die dunklere, die ist jetzt grad näher alt geworden. Das ist die Estrella. Und die auch smuggige. Ja. Meine Pflegehundis, ich hab die so zweimal die Woche, wenn ich frei hab, sind die hier. Da pass ich für eine Kollegin drauf auf. Zunächst mal gucken wir mal, wie wir es machen. Ich hab gesagt, ich brauch auch mal wieder einen Tag, wo ich ausschlafen muss, weil ich muss jeden Tag früh aufstehen, auch wenn es hier kommt, weil sie vor der Arbeit zu mir fährt, die Hunde vorbeibringt und dann zur Arbeit fährt. Sehr nicht so schön. Das ist so süß. Das sind noch zwei ganz Liebe. Irre. Ja. Da müssen wir mal drucken, wo ich hier nicht. Meine, nein, die Liebe ist nur dieser. So. 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 отри. So. Ich will ja nichts sagen, aber man hört voll die Schwerden da bei dir. Jaaaaaa. Ich find das voll gut. Ja, ich auch, ich auch. Wenig dazu n bisschen ¿lappt hier? Das ist voll schön sonnig und toll hier draußen. fast ich habe überlegt ob ich mal dann krieg nur alle neid weil wir lieber dabei sein wollen ja genau ich bin noch offen kaputt gemacht endgültig nene 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 alles gut alles gut ach so warte wir gehen hier wieder im spiel nach dem server absturz noch mehr und die bilder Die kleinen Schluckis, ey. Theo, ich hab Hörer auf der Brust und das sind nicht meine. Meine sind's auch, ne. Oh, meine auch nicht. Du hast ja auch keine. Alright. Meine Brust geht sich mit feuchten Pups an. Ich hab drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Ich müsste sterben, ihr sterbt, ihr müsst ihr sterben. Sterbt fröhlich vor euch hin. Alter, was ist denn die Phase? Junge. Juh, dann versuchen wir's noch einmal. Mach da, die Före. Huch. Ich bin ja, ich war ja noch am Fliegen. Ja. Am verliegen. Am verliegen. Hier wo? Ja. Jaja, jaja. Oh, das ist ein... There was an unexpected reason tonight. Hahaha. So, hier ist ein Gang. Äh, ein... Äh, ein Gang? Hörter? Na, ein Gang ist das ein Zweigang. Ja, weil jetzt ist das Tollste vom Ei, aber immerhin. Äh, da gewinnst du auch nur ne Abstellkammer. Ja, aber immerhin. So, das ist ein Fragment, ein Scherz. Und Lucas. Was ist denn ein Lucas Sampling? Lucas Sampling. Oh. Äh, 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 äh. Setzlinge und so dürfen gerne an mich gehen. Ich hab ja meine, meine Farm. Farm? Meine Farm. Bist du da, bist du da auch Farm drin? Ja, aber voll firm. Wo? Aber, aber, aber deine sind besser oder? Ne. Hallo, Spinnies. Ich wollte schon. Nur, ne? Eine Konduitprobe. Ja, mit dir auch sehr gut. Hm, breakfast, yummy. Yummy, yummy, yummy. Yummy, 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 ja, ich lieb einen Dummy. Äh, okay. Ja. 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 Hey, tschönt mal. Hallo. Hallo. da und das wird die Titell Prozent die in der über am meisten Brille mit ja und ermäßig was auch nicht die 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 ok blueprints jetzt habe ich nur keine torches mehr er kommt anbauen ich muss mal ganz dringend der geschichte ist ja auch heute die wir müssen euch erinnert mich schreibt auch oder 4 5 Mülfüllen müssen wir nachher für euch bauen. Ja, zum, zum, äh, das ist mich, äh, selbstauflösen, ne? Brain! Der Pinky und der Brain, der Pinky und der Brain, im Tierversuchs-Labor, da ist das Geschehen. Deine ist der Knackt. Sag, der Richtige. Was mach ich denn nicht zu, ohne Fackeln? Ich hab mich verlaufen und ich weiß nicht, wohin. Nein. Mit dem Holz, mit dem Holzboden hier könnte man doch, äh, ich hab 48 Kohle. Könnt man doch fackeln bauen. Ja, Kohle hab ich auch, Kohle hab ich auch. Kohle hab ich auch ein bisschen mit. Okay, dann, äh, lass mal den Holzboden hier rausreißen. Raus mit dem Holz. Ich glaub, ich mach mir noch mal extra Ding ins, dass ich nicht mal den Dienst teleporten kann zum Aufladen Ding ins. Versteht ihr? Ne. Ne, ich auch nicht. Ein Wegpunkt. Ja, genau. Weil das ist ja doch schon ganz viel weiter zu tun, oder? Ja, bitte. Ich hab mir noch mal ein paar Fackeln gemacht. Ja, mach mal. Ja, ja, reiß mal, reiß mal. Können dir. Und? Hast du schon? Ja, bin dabei, bin dabei. Okay. Sehr gut. Oh, jetzt hab ich eine Tür im Inventer. Das gibt's ja nicht. Äh, jetzt hab ich die Tür am Start. Ähm... Ja, man, ich hab Wackel. Ja, ich hab Wackel. 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 Nicht lang wackel. Zehn Minuten noch. Wackel. Zehn Minuten noch. Wackel. Zehn Minuten noch. Zehn Minuten noch. Wackel. 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 Ja, ich muss jetzt dann langsam auch nochmal mit die Hundis raus. Hundis. Ja, Hundis. Sie sind voll süß. ja die sind ja auch die auf den dreien ganz liebste die kälte und recht ist die tochter und auch den zweiten das ist Schendler die ist hier Schendler Gibt 10 Monate an Ich bring's doch nicht an, worüber wir reden Einfach im Discord rum Da seht ihr was dann Ist entweder ausrufen zu einem Discord oder auch in der Kanalbeschreibung Vielen Dank So Ich klingt jetzt immer wie ne Durchsage am Bahnhof BAM BAM Vielen Dank Vielen Dank für For Travelling mit Deutsche Bahn Na, heute nicht in Berlin Ne, heute nicht Hast du auch mitbekommen, ne? Oh, das kam jetzt in Badu Oh, ne Fliegerbombe Oh, wir müssen wirklich überfuieren Oh nein Ist ja mal angesagt Ist ja mal nett, dass ihr das macht BAM Berlin ist halt Hauptbahnhof Das ist quasi der Hauptbahnhof Der Hauptbahnhof Ich hab mal Mut Ich hab ne Deathblume Ich hab ne Deathblume Awww Was ist denn, was ist denn eine Deathblume? Ähm, eine Blume Wenn du sie berührst, bist du garantiert Ja, ne, ich hab mir schon irgendwie sowas gedacht Ja, ne, ich hab mir schon irgendwie sowas gedacht Ja, man fragte sich jetzt dann nochmal nach Ja, ja, klar, klar Der Mann von heute ist informiert Ja, eben Ebernd Ebernd Genau, der Eber Der gute Ebernd Ja, ja Was ich auch sehr lustig finde Ist das hier einfach so irgendwelche Erfahrungs- Äh, 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 Profi Ja, ist ja klar Ja, kloppen ja so alles mit dir Ja, 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 ja Ja, 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 ja Psch, nicht verraten Hör mich auf Höh? Höh? Hallo Hallo Das klingt vor allem immer gut, ne? Tack, tack, tack Ja Blonk, blonk Und Einfach Äh, was war das hier? Hi Oh nein Nimm die Tür weg Oh nein Nimm die Tür weg Nimm die Tür weg Bis sie kaputt ist Nein Nimm die weg Ivo, du leihst die doch noch aus Ich bin vom Tür, äh, äh, Türverein Ah, 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 ah Hab ich die denn in der Tat? Nein Oh, zum Glück No Dann haben die zwei so offensichtlich das denn? Ja Ja Ich hab' alle gesordelt Ja Das ist ja echt lieblich So Ja, ohne Der Sonne Ja, und dann machen wir uns mal aufm Rückweg, würde ich sagen, weil, äh Ich würde Zeit Boah, nehm' den Ding ist auch so'n riesen Guck mal hier, guck mal, guck mal, guck mal hier Guck mal, die Mammons Wow Mit'm Arsch am Tod Guck mal Mit'm Arsch am Tod Ja, Alter Das ist schon ziemlich am Essen Schups Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Nee von Wanni von Wanni Oh, Alter Häusche das ist ja ein Mörder. Schnell weg hier, bevor das irgendwer hat mit mir in Klammern gehen. War gut zu dir, ne? Ja, hat keiner gesehen. Was soll ich da noch sagen? Da fällt mir nicht mehr dazu auf. Ja, ich bin grad zu doof. Da fiel es einfach in den Tod. Möchte das vielleicht jemand klippen? Es ist, ich bin echt schwach. Guck mal, die Mamutzi haben mit dem Arsch am Tod. Und dann fiel es und es fiel und viel. Ich glaub, das fällt sogar immer noch. Ja. Wo? Was denn? Ach, ich weiß nicht. Warum muss ich jetzt an den Wal denken, dass ich über seine Existenz klar wird und dann aufschläge? Oh, hallo Grund! Batsch! Ich nenne es, ich nenne es Grund. Hallo Grund! Der andere wurde eingetun. Ja, hallo. Ja, hallo. Nicht schon wieder. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, der war richtig schlecht. Der war wirklich... Der tat jetzt hier weh. Also das will schon was heißen. Oh, naja. Oh, naja. Wo? Hm? Was? Epic Bacon! Achso, Bacon! 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 Ja, hallo. Ja, hallo. Warum kennst du die ganzen Blödsinn auch? Weil ich alles kenn. Ich hab das ganze Internet schon zweimal durchgelösen. Rückwärts. Genau. Annamen, 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 Annamen. Na, ne. Doch. Der hat keine Locken. Ja. Okay. Okay. Wobei, weißt du das? Weißt du, ob er nicht irgendwo Locken hat? Da, wo die Sonne nicht scheint. Und wir haben wieder den Server gecrashed. Herzlichen Glückwunsch! Wir zerstören das Spiel noch. Wir wollen hier noch mal dabei sein, hier noch einmal. Also ich möchte zumindest ins Helle, weil ich hab, also jetzt momentan krieg ich grad Schaden. Äh, kaputt! Moin, moin! Grüße! Moin, moin! Es geht hier auch gleich weiter, ne? Also keine Sorge, es geht hier gleich weiter. Es dauert noch ein bisschen, ne? Ich muss grad mal den Server von Hans neu starten. Ja, der TJ hat's wieder kaputt gemacht. Ich hab... Ich weiß überhaupt nicht, erzähl keinen Schmon-Sinn. Drei Minuten noch. Ne? Was ist da? Warte mal, ich kann da jetzt schon mal gucken. Kannst du nicht vorbestellen? Ja, schon, aber ich, äh... Ich weiß grad nicht wie. Ne, man muss da, also... Du, also ich hab ganz viele Brains gefunden, vielleicht hilft dir ja eins davon. Du kannst die Speisekarte anschauen oder unter blablabla vorbestellen oder unter Handynummer, SMS oder telefonisch. Aber man kann nicht online hier klick, klick, klick. Du klingst gleich wie ein Fußballmoderator. Es geht gleich weiter. Ja, weiter. Ne, ja, ne, ne, ne. Ich, äh... Ey, ich schau mal in die Flasche, wie spät es ist. Ja, ne, ne, äh... Das machen wir jetzt nicht. Na, doch. Nein. 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 Nein, doch. Ne. Ja, äh... Ich fass das einfach mal als Kompliment auf, ne? Schönen Dank. Ein Kompolent? Ja, Komp... Och, Ivo. Hm? Weißt du nicht? Weißt du... Hä? Wo bleibt denn jetzt dein Ivo, Ivo? Ja, im Bad, in der kleinen Dose. Ach ja, stimmt. Hast du ja erzählt. Hast du ja erzählt. Da war was. Weiter. Immer weiter. Ne, äh... Das erinnert mich wieder an, 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 äh... Absolute Beginner. An, an den Track von den... Ich weiß nicht mehr, wie... Hüchse? War das Hüchse? Keine Ahnung. Ich hör so'n Gruscht nicht. Ne, ich auch nicht. Na, auch ab und zu hör ich das doch so. Nein. Doch? Nein. Ich sag immer, ich bin angedickt. Ja. Das ist auch gut. Angedickt. Okay. Angedickt ist auch geil, ja. Ja. Ja, ich verfiere mich sehr, äh... Ja, verfiere, ja. Das ist, äh... Das ist, äh... Das ist, äh... Das kannst du, ja. 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 Ja, einfach ja. Da hab ich mich wieder mal verfiert, ne? Aber hart verfiert. Aber richtig. Doppeldreifer hart verfiert, ey. So. Ist der Schilder dann wieder da? Er ist, äh, wieder einsatzbereit. Tatsächlich. Okay, okay. 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 I'm logging in... Hm, selber sagt nein. Und ich bin fast tot. Na. Oh, ist das schlecht. Oh, ist das schlecht irgendwo. I'm logging in... Entschuldige. Nee, aber... Nee, aber positiv schlecht. Also richtig positiv schlecht. Entschuldige. Entschuldige. Nee, nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Entschuldige mich. Bitte nicht, bitte nicht. Hast du nicht möglich. So, ich lade auf. Ja? Ach, bist du schon da, oder was? Ja. Äh, wieso bin ich noch nicht da? Weil ich noch nicht da bin. Ich bin kurz hinter dir. Achso. 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 Ich bin kurz hinter dir. Ja. Das letzte Mal, wenn ich das gehört habe, hatte ich dann Po-Probleme. Was? 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 Ich sag immer, haben sie alternativ auch einen Bauchladen? Ja, auch gut. Ah, schön. Ja. Bombi. Bombi. Ja. Ja. Ja, hey. Ja, hey. Ja, hey. Ja, hey. Ja. 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 Sexy. Kannst du jetzt auch in 3D sehen? Stimmt. Oh, DJ. Was denn? Oh, oh, Zombie. Was denn? Du hast auf einmal so ne Tiefe bekommen. Ja, du hast denn jetzt so ne Brille. Ich hab so ne Brille gefunden gerade, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das ist dir jetzt aber früh aufgefallen. Oh, der Lippen sind schöne, äh, schöne Grüße aus Bayern, meinst du wahrscheinlich? Ja, äh, schöne Grüße aus Rackert, äh, von der Ostkiste. Ich bin schon so weit mit meinem Gewicht, dass ich bald eine eigene Adresse dieser Anzeige das geht noch. Das geht noch. Solange du doch nicht kleinere Objekte in der Größe eines Apfels in deine Umlaufbahn ziehst. Ja. Ist alles in Ordnung. Richtig. Lass meine Äpfel da raus. Genau. Ja. Ja. Ja, ich sollte langsam nochmal Gassi. Ja, Susi, äh, muss Gassi und äh, ich muss gar nichts, weil ich muss einfach jetzt hier noch ein bisschen, keine Ahnung. Aber so ne Brille ist geil. So, tschüss Freunde. Tschüss. Was? Wahrscheinlich ein Ohr. Ja. Äh, ist das schon mein Hund um mich herumfliegt? Nein, nö, nö. Nein, das ist normal Pluto, das ist normal. Ja. Ja. Ja, da fliegt er, Pluto fliegt doch um die Sonne, oder? Ja, ja. Ja, also. Naja, fast. Ja, Pluto nicht? Nein, er fliegt nicht um die Sonne. Natürlich geht Pluto um die Sonne. Er kratzt, genau. Oh, oh. Spitz-Spinnigkeiten-TV. Er zentrifugiert doch die Sonne. Du wie ein klugscheiter High-Five. Yeah. Epic Bacon. So, ich mach hier mal Epic Bacon-Sammlung. So, dann würde ich auch erstmal wieder meinen ordentlichen Shader machen. Boah, sieht auch ganz viel cooler aus mit Shader. So, ihr Lieben. Ach ja, dann kann ich ja auch mal wieder aussortieren, ne? Ja, das werde ich jetzt heute nicht mehr machen, weil ich werde mich jetzt in mein Gemach begeben. Oh, mach das, mach das. Ja. Oh, schade. Das klingt sehr gemäßig. Ja. Ja. Mit meinem wunderschönen Himmelbettchen. Ja, läuft. Himmel. Und meinem Plüschhasi. Ich komme gerade von der Zwölf-Stunden-Schicht aufgestanden. Okay. Zwölf-Stunden-Schicht bar. Die letzte, die ich hatte, war... Ja, ich bin nicht auf. Ja, 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 ja. Ach so, du bist gerade von der Zwölf-Stunden-Schicht aufgestanden. Ach so, irgendwie. Oh Gott. Äh, das ist heftig. Sorry, mein Handy, äh... Ja, ja. Autoporritik. Ja, Handys sind doof. Oi, Timo. Oi, Timo. Handys sind voll doof. Das stimmt, das stimmt. D-O-P-F. Ich hab ne Seele. Ich hab ne Seele. Hast du? Ich hab ne Seele. Hast du? Ich hab ne Zombie-Seele. Ey, das ist das Schleim-Ding, muss ich jetzt mal suchen. Warte mal, wo hab ich den Ding gemacht? Das komische Backding. Wobbel. Wobbel, wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel. Okay, das kommt raus? Schwabel, wobel, wobel, wobel. Oh Gott, nee. Alles für den Dackel, alles für den Club. Ey, nee, also ganz ehrlich, nach einer Zeit ging mir das tierisch auf den Geist. Also sehr gut. Also ich mein, ich mag ihn ja an sich. Ich hab ja schon einzelner Programme ohne dieses blöde, blöde Assi-Gelaber gesehen. Das fand ich wirklich sehr gut gemacht. Aber das Hausmeister Krause zeugt das irgendwie. Könnt ich auch schreiend gegen die Wand rennen und hoffen, dass ich dabei sterbe, ja. Guck mal, was Sean gerade geschrieben hat. Das ist echt geil. Das ist doof. Bürgerkrieg. Das ist echt geil. Ja, Autokorrektur-Following, absolut. Shandot, ach so, Shandot. Okay, Shandot, okay, vielen Dank. Danke fürs Erklären, ja. Shandot, ja, sorry. Ja, aber mit zwei Uhr ist es doch eher Shandmut, oder nicht? Hä? Ja, von Mut wie Stimmung. Äh, wo der eigentlich schon Mut ist, ne? Oh, warte, ich mach die Füße wieder hoch, äh, Springfix. Was? Was denn? Ach, deswegen riechst ich so nach Käse. Bitte, gerne. Was? Meine Füße riechen doch nicht nach Käse. Bist du dir sicher, ist schon dran gerochen? Ja. Oh, das hätt ich jetzt gern gesehen. Ne. Ne, 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 also ich hab schon so ein paar perverse Fetische, aber nicht das. Bitte? Hä? 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 Hat jemand meinen Namen schon, äh, gelauscht? Deswegen was? Äh, was? Äh, sie auch? Hahaha. Okay, okay, okay. Ah, okay. Okay? Alles klar. Ja, nee, das, äh, ja, kann ich, kann ich verstehen. Äh, ich hab keine verwirrenden Esstische, es tut mir leid. Warum nicht? Was, du hast keine verwirrenden Esstische, okay? Ja. Okay. Ja. Meiner verwirrt mich auch nicht, der steht einfach nur da. Oh, okay. Oh. Epic Bacon. Bacon. Regenbogen Bacon, auch lecker. Ja, sag ja Epic Bacon. Hahaha. Ja, Bacon. Mmm. Ah. Hahaha. Hahaha. Äh, nee, nee, du, du schreibst so viel, wie du möchtest, alles gut, alles gut. Wieder so, als wenn hier gar nichts los ist. Also dafür musst du dich absolut nicht entschuldigen. Alles gut. Hier darf jeder schreiben. Ja. Hier darf auch jeder spammen. Ja, ja. Also, ja. Wie lang es okay und freundlich ist, äh, ja, 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 ja. Und noch im Rahmen bleibt, ist alles gut, ja. Von daher, alles gut. Jetzt muss ich noch mal Gassi gehen, hm. Um gefüllt zu werden. Ich hab da... Aber Gassi gehen ist toll mit solchen Indien. Komm. Ja, aber es ist, es ist draußen warm und Sonne und bäh. Ich hab ne Sonneallergie. Es stimmt. Und bäh. Und draußen sind Menschen. Ja, nee, hier brauch ich mir keine Sorgen machen, dass wir Menschen sind. Die alten Menschen sind alle weggesperrt. Ja. 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 Sehr gut. Sehr, sehr gut. Danke, Sean Mott, für deinen Follow. Und, äh, Sean Mott, auch viel Dank für den Follow. Mann, hier, das ist ja ein ganz schön folgenreiches Team, Leute, wa? Ja. Aha. Ja, das wird Folgen haben. Haha. Äh, hoffentlich keine, die in neun Monaten erst recht zum Tragen kommen. Äh, ich muss jeden Tag mit Menschen umgehen, mein Statement, iiiiih, Menschen. Genau. Absolut, absolut. Ja, ja. Teilweise stimmt das so. Und ich muss sagen, es sind die alten Menschen lieber gewesen, als die dummen Eltern, die bei mir auf Arbeit rumrennen. Ja, das glaub ich dir. Sie sind, das glaub ich dir vor. Mein Kind ist anti-autoritär erzogen. Ja. Warum darf mein zweijähriges Kind nicht mit dem Kettenkarussell fahren? Ja, weil's unten am Sitz rausrutscht, du Held. Weil wegen Baumann. Ja, aber das ist schon letztes Jahr dreimal mitgefahren. Ja, das glaub ich aber nicht. Warum tut's nicht gut, wenn man sich mit der Bohrmaschine in der Nase bohrt? Oh, das tut verdammt gut. Das stimmt aber auch, ich muss mich vorhören. Ja, oder so. Und dann läuft einfach nur das Hirn aus. Und dann hast du deinen Kopf anzutreifen, ey. Schöne ich auch gerade. Ein Kopfkino. Bei solchen Eltern kannst du nur fragen, ob sie die Anleitung zum Kinder machen auch im Internet gefunden haben. Ja. Äh, ich habe es fett auf Instagram gesehen, ey. Fett gegoogelt. Naja, wir haben bei uns im Park ja Klapperstörche und vielleicht waren die ja einfach schuld, dass die ein Kind haben. Man weiß ja nicht. Nee. Gib denen Klapperstörchen bitte nicht die Schuld. Bitte. Ja. Das sind Zufögel. Ja, aber vielleicht haben sie auch einen Hass auf Menschheit und geben Kinder an dumme Menschen, damit die wieder anderen Leuten auf den Sack gehen können. Ja, ja, ja. Halt, Stopp! Jetzt red ich! Ja, das kann ich verstehen da mit dem... Das ist ja... So ist es. Du, Ivo. Du, TJ. Ähm, weißt du, was ich total genial finden würde? Weiß ich nicht. Nix. Äh, doch. Wohl. Wir machen irgendwie so ein ME-Laufwerk. Irgendwie wäre geil. Ja. Wäre nicht schlecht, ne? Ja. Ja, ne, echt. Ja, ich müsste bei mir auch mal basteln. Aber... Das machen wir noch. Das machen wir noch. Ja, das ist ein größeres Projekt. Da müssen wir echt mal gucken. Aber ich denke mal, solange ich jetzt auch verarbeitet bin, werde ich da nicht so die Zeit für haben, da mal wirklich vernünftig was zu machen. Du kannst ja mal eins machen, wenn du, wenn du mal Minecraft zockst und die jetzt nicht gerade so Sachen machen wie heute, da kannst du dir ja schon mal einen schönen Platz dafür suchen. Ja, ich wollte mir einfach einen Durchgang von meinem Haus in den Berg reinbauen und den Berg aushöhlen. Ja. Ich habe mich eine Weile beschäftigt. Ja. Ja. Ja, du brauchst halt dann auch Strom. Du brauchst halt wirklich... Warum liegt da Strom rum? Warum kennt das auch jeder? Ja, teilweise ist es jetzt ziemlich leiser, denn es ist hier wieder laut und, äh, ja, das ist... Mysteriös. Ich glaube, das liegt, das liegt aber daran, wie ihr Mikrofot sich immer wieder mal einstellt, ne? Ja, genau. Das, 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 da, dafür kann ich nichts, äh, weil ich hab sie nämlich extrem laut immer auf dem Ohr und im Chat kommt sie extrem leise rüber, das, das, äh, 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 Quatsch ins Leben. Deswegen, das ist, ähm, ja, keine Ahnung. Ja, das ist, wenn du mich im TS leiser machst, du müsstest theoretisch deine Kopfhörer leiser machen und den TS so lassen, wie er ist, damit das Audio in der Lautstärke trotzdem ankommt. Ja, na, den Evo höre ich ganz normal, den höre ich richtig gut und da kommt, glaub ich, auch richtig gut runter. Ja, ich hab aber auch kein Headset. Ja, eben. Ja, 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 ja. Ich hab ja hier so'n, 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 so'n USB-Micro. Ja. Ja. Und dann versteh ich wieder den Evo nicht, ne, wenn ich, wenn ich meinen Ding so leise mach. Ja, mich versteht... Mysteriös. Ja, deswegen... Ja, aber das ist ja nichts Neues. Richtig. Ich kann Susi aber noch einen kleinen Mühlauter machen. Ein Mühlauter? Ja. Oh, ich werde ein Mühlauter gemacht. Ja. Oh, wow. Jetzt kam erst die Notification bei mir im Stream. Geil. So. Für den Follow? Ja, stimmt. Was ist mit dem Follow? Das kam erst jetzt bei mir im Stream. Ach so. Ja, krass. Das ist, äh, hast du da ein Delay drin, oder was? Nee, eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Oh man, ich hab grad nen, äh, schlechten Witz gelesen. Was denn für einen? Erzähl mal. Rollt nen Keks um die Ecke und bricht sich nen Krümel. Hahaha. Das ist witzig. Ja. Warum sind Magnete männlich? Wenn sie weiblich wären, wüssten sie nicht, was sie anziehen sollen. Ja. Traurig, aber wahr. Ich hab ne ganze Stream-Bibliothek voll nichts zum Spielen. Ja, das ist doof, ne? Ja, und das ist graus. Vor allem, du hast Freien, denkst du so, wow, da hab ich so Bock auf Zocken. Ach nee, da hab ich keinen Bock drauf, da hab ich keinen Bock drauf. Nee, da hab ich jetzt auch grad keinen Bock drauf. Das dauert mir jetzt wieder zu lang, weil man eben kurz ist da nicht. Nee, da hab ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ja. Ja. So ist das. Ja. Ist so. So, aber ist gleich 17 Uhr. Ich werde mich mal verabschieden von meiner Gemeinde. Danke. Wir sehen, hören und lesen uns. Ich weiß morgen Abend wieder, wie ich nächste Woche arbeiten muss. Und ja, mal gucken, wie ich dann on bin. Bis denn dann. Tschaußen. Tschaußen. Tschau. Tschaußen. Vielen Dank.